Herzlich willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depot-Partners Scalable. Heute bei EchtgeldTV ist zwar nicht Frühling, sondern Sommer, aber Zeit für ein bisschen Putzen ist trotzdem und zwar Depotputz. Wir machen heute mal wieder einen Blick ins Depot, schauen uns ein paar Werte an, die sich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren angesammelt haben, wo wir finden, da sollten wir mal drüber reden. Und das wird unter anderem sein AT&T, SAP, Thalangs und drei weitere Aktien mehr. Und Christian, den begrüße ich heute nicht in der Friedrichstraße zu Berlin, sondern ein bisschen weiter im Westen und zwar einigermaßen tief im Westen, kurz vor Bochum in Essen bei seiner Mutter. Hallo Christian. Ja, hallo. Also ich habe es tatsächlich geschafft aus Österreich von der Zugspitze jetzt tief in den Westen. Und ja, freue mich mal eine Woche hier zu sein, ein paar Termine auch an der RVM zu haben, ein paar alte Freunde wieder zu sehen. Aber trotzdem gibt es natürlich EchtgeldTV. Zwei Sachen habe ich. Zwei Sachen habe ich. Nämlich zum einen, wie denn die Autofahrt jetzt insgesamt war. Du hast ja das erste Mal bei Sixten Auto nicht angemietet, sondern angeabot. Und zumindest für einen Monat hast du ein umfangreiches Kilometer-Paket dazu gebucht. Wie läuft das alles? Ja, das läuft alles super. Ja, also Übernahme des Fahrzeugs, ohne jetzt hier irgendwelche Werbung für Sixt zu machen, das hat alles klasse funktioniert. Es war insgesamt günstiger, als wenn wir es gemietet hätten. Und wir haben es dann halt noch ein bisschen länger, als wir es eigentlich bräuchten. Ich wollte ja ein bisschen innovativer und wagemutiger sein. Wir haben jetzt irgendwie einen Audi-Coup irgendwas. Ich hätte ja zum selben Preis auch einen Polestar haben können. Aber meine Frau meinte dann, ja, dann müssen wir immer gucken, wann wir den laden und wie wir den laden. Und das Abenteuer ist dann zu viel. Also ich hätte das ganz gern gemacht. Aber ich merke mir natürlich, wir werden auf jeden Fall mal über die Polestar-Aktie, denn die hatten ja einen Speck-Börsengang, bei nächster Gelegenheit auch mal reden. Aber heute passt das natürlich nicht rein. Aber ich kann Christina an der Stelle nur unterstützen, weil ich weiß ja, ich weiß ja, was du gelegentlich für ein Technik-Rumpelstilzchen bist, wenn etwas nicht läuft. Und diese Situation, wenn ihr da zu dritt unterwegs seid und diese bekloppte Ladesäule nicht funktioniert und man hat es in irgendeiner Form eilig, das ist dann, glaube ich, noch mit einem konventionellen Antrieb in der Tat leichter zu bewerkstelligen, weil getankt kriegst du so eine Karre immer. Ja, das mag alles sein. Aber weißt du, ich bin ja hier quasi im Urlaub und trotz des Wetters bin ich ja gut gelaunt. Und heute bin ich übrigens besonders gut gelaunt, weil ich hatte heute schon wieder mein tägliches oder wöchentliches laserfokussiertes Amüsement. Das ist ja quasi so ein Running Gag bei Echtgeld TV, schon laserfokuss. Das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal bei Tysonfurtz gehabt. Dann haben wir es sehr ausführlich gehabt bei About You und heute bin ich wieder drüber gestolpert. Und zwar bei WeWork. Die sind auch laserfokussed on Growth. Das haben sie gerade in ihren Zahlen erklärt. Das liest sich alles ganz toll. Dummerweise drei Absätze tiefer, sagen sie dann. Sie haben substanzielle Zweifel an der Fortführung des Unternehmens, weil sie zusätzliche Liquidität wohl höchstwahrscheinlich brauchen. Und wer gibt diesem Laden, dieser Hipster-Büro-Vermietung allen Ernstes zusätzliches Geld? Also das Ding war ja mal, glaube ich, irgendwie zu Softbank-Zeiten, Pre-IPO mit 47 oder 58 Milliarden Dollar börsenwert gehandelt, so als Prognose, ist ja dann auch über den Speck gekommen. Und ja, das ist eine Geschichte, die glücklicherweise nicht im Depot ist. Die kann ich noch ergänzen. Bei WeWork muss ich nämlich auch wirklich dazu sagen, dass wir gerade uns büromäßig verkleinern, weil wir ja in unseren Flächen deutlich weniger Frequenz und Präsenz gehabt haben die letzten Jahre. Und wir nutzen diesen Moment, um wirklich ins Herzen, ins alte Herzen West-Berlins zu ziehen, an den Kurfürstendamm. Und da unser neues Büro, im Übrigen auch neue Drehräume für Echtgeld-TV und zu Gast und IR-Echtgeld-Formate dann in Anspruch zu nehmen. Das wird euch dann auch sehr zeitnah im Übrigen schon erwarten, weil wir da schon diesen Bezug machen wir ein bisschen früher. Dazu dann bald mehr. Aber bei der Anbahnung haben wir natürlich auch beim Marktführer angefragt. Und neben verschiedenen Coworking-Spaces natürlich auch WeWork in die Marktbetrachtung mit einbezogen, weil die auch am Kudamm eine schöne Location haben, ein paar Hausnummern neben unserer jetzigen. Und das, was wir bei WeWork erlebt haben, war das größte Chaos unabgestimmter Vertriebsprozesse, die ich bisher erzählt bekommen habe. Denn ich bin sehr froh, dass eine Kollegin von mir sich darum gekümmert hat und ich nicht mit diesen, ja, mit diesen Knallchargen rumstreiten musste, ob sie vielleicht mal bereit sind, uns, die wir anfragen und nachfragen, ob wir möglicherweise Büroräume bei ihnen beziehen dürfen, möglicherweise auch mit einem Angebot versorgen. So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Einen solchen unorganisierten Haufen. Und denen würde Laserfokussierung in der Tat an einigen Stellen wirklich sehr, sehr gut tun. Aber wahrscheinlich ist der Laser erstmal durch die Bilanz durchgegangen und jetzt hat man gravierende Schäden. Aber Tobias, genug des Vorgeplänkelts. Wir haben sechs Aktien, bei denen wir wahrscheinlich auch wieder wahnsinnig viele Querbezüge finden werden. Lass uns mal loslegen. Ein kurzer Risikohinweis. Es bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv. Jetzt aber wirklich, jetzt geht es los mit dem Depot-Update. Wir blicken ins Scalable Depot. Wir haben in einer Gruppe, die wir angelegt haben, die Werte reingepackt, die wir heute in dieser Sendung kurz streifen werden, wie eine Münchner Rück und eine Warner Brothers Discovery, die aber aus gutem Grund da auch mit drin sind. Aber wir wollen reden über AT&T, Etsy, Hochtief, Nasdaq, SAP und Talans. Und wir fangen alphabetisch an bei einer Aktie, die wir insgesamt zweimal gekauft haben, zuletzt am 5.4., wo man dann eben auch einfach mal ganz, ganz deutlich sagen muss, das war vor dem Hintergrund dessen, was ihr hier seht, also bei den aktuell zweigekauften Positionen, ein Wert dieser zweigekauften Positionen von 1.291 Euro, die etwa 1.000 Euro im Minus sind. Das ist im Moment eine etwas verfälschende Ansicht, weil wir in den letzten Monaten, beziehungsweise nicht in den letzten Monaten, sondern im letzten Jahr, um genauer zu sein, im Mai des letzten Jahres auch Anteile von Warner Brothers Discovery dazu gebucht bekommen haben, die hier im Depot eben auch drinstehen. Und die haben im Moment einen Wert von etwa 300, im Moment 315, als ich es mir aufgeschrieben habe, waren es noch knapp 320 Euro, sodass sich dieses Minus im Grunde genommen diesen Betrag auch wiederum reduziert. Nichtsdestotrotz muss man eben sagen, dass diese AT&T-Position, die wir hier aufgebaut hatten, mit einem ordentlichen Minus etwa einem Drittel dasteht. Und das eigentlich Ärgerliche ist, also so ein Minus mal irgendwo stehen zu haben, und wir haben ja auch heute noch andere Aktien, mit denen wir im Minus sind, aber das eigentlich Ärgerliche hieran ist dann eben wirklich, dass es von Seiten des Unternehmens extrem wenig Aufbauendes, extrem wenig Signale gibt, inwieweit da auch mal Hoffnung besteht, dass es sich anders darstellen könnte. Und wir haben vor allen Dingen auch ein Unternehmen, was mit einer immensen Schuldenlast in dieser Zeit unterwegs ist, 150 Milliarden US-Dollar Netdebt, Netto-Schulden tragen die mit sich rum. Und da kriegt man in Anbetracht von EBITDA und Free Cashflow, Christian, schon so ein bisschen mehr als nur ein leichtes Magengrummeln. Ja, ich habe das ja damals auch gar nicht so verstanden, warum du die Aktie unbedingt ins Depot haben wolltest. Das war ja so diese Umbruchaktion. Die hatten ja eingesehen, dass diese wunderbare Vision, nicht nur Telekommunikationsgesellschaft zu sein, sondern außerdem auch noch Medieninhalt zu distribuieren, dann doch nicht funktioniert gut. Da gab es genügend Beispiele schon 20 Jahre zuvor. Also AOL und Time Warner damals, das ist ja ein Fanal der Börsen- und Unternehmensgeschichte, genauso wie Telefonica und Endemol. Aber AT&T wollte das halt auch selber nochmal so richtig durchmachen. Und dann haben sie halt diese schmerzhafte Trennung gehabt, haben das Ganze dann abgespalten in die Börsenhülle vom Discovery Channel hinein. Und dann hieß das halt Warner Brothers Discovery. Und da sagtest du dann, ja, das ist jetzt eigentlich so der Neustart. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das mit diesem Umbruch so läuft. Also ich halte es ja generell mit Warren Buffett, der sagt, meine Firmen in Umbruchssituationen. Und sie sind halt nicht aus dieser Umbruchssituation in irgendeiner Form rausgekommen. Du hast angesprochen, Free Cash Flow. Da gab es jetzt eine Guidance für das laufende Jahr vom Unternehmen. 16 Milliarden Free Cash Flow wollen sie erreichen. Wenn wir jetzt dann den Unternehmenswert nehmen, der 100 Milliarden Dollar Börsenwert plus 150 Milliarden Dollar Nettoschulden ist, dann kommen wir also auf so ein Verhältnis zwischen Unternehmenswert und Free Cash Flow von 15. Ist das jetzt teuer oder ist das billig? Naja, ich gucke dann auf die Telekom, die ich selber im Portfolio habe, nämlich die Deutsche Telekom. Die hat auch für dieses Jahr eine 16 Milliarden Free Cash Flow Guidance vorgelegt. Das Ganze in Euro natürlich. Enterprise Value bei der Deutschen Telekom 235 Milliarden Euro. Auch da übrigens 145 Milliarden Euro Nettoschulden mit drin. Da komme ich jetzt auch auf ein Enterprise Value zu Free Cash Flow von 14,6. Also sogar leicht günstiger. Für ein Unternehmen, das aber stabil dasteht, das zwei feste Säulen hat und das eben nicht in dieser Umbruchssituation ist wie AT&T und das darüber hinaus auch ja eine Dividende zahlt, die attraktiv ist, aber nicht so viel vom Free Cash Flow für die Dividende aufbringen muss, wie das AT&T trotz der Reduktion machen muss. Insofern, also mir fehlt es nach wie vor an jeglichen Argumenten, warum man denn jetzt eine AT&T braucht. Und da reden wir noch gar nicht über das, was in den USA alles so medial immer an Aufregung mit dabei ist. Beispielsweise geht Amazon tatsächlich in den Reseller Markt für Mobilfunk ein und bietet den Prime Kunden sehr günstige oder sogar kostenlose inkludierte Mobilfunkverträge. Das trifft die Telekom natürlich dann über T-Mobile US auch oder die Diskussion, die das Wall Street Journal aufgemacht hat. Was ist eigentlich mit Kabeln, die Blei enthalten in den USA? Das große Problem der Festnetzbetreiber. Aber auch wenn man das außen vor lässt, mir fehlen einfach die Argumente. Ja, und in dem Moment, wo man diese Argumente dann auch nicht mehr hat, da muss man dann eben auch mal einfach sagen, dass eine Erwartungshaltung, dass man hier in ein dann fokussiertes und dann auch wieder konzentriert agierendes Unternehmen einsteigt, dass die sich nicht bewahrheitet haben. Jetzt sind, also das Thema Blei ist sicherlich eins, aber das ist zumindest handelbar. Aber diese Überlegungen, die da bei Amazon angestellt werden, die waren dann für mich eben auch nochmal so ein Ding zu sagen. Also wenn so etwas passiert, wenn die da mit ihren ins All geschossenen Satelliten auf einmal in der Lage sind, irgendwelche anderen Telekommunikationsdienstleistungen noch zusätzlich anzubieten, die vielleicht dazu führen, dass man die bisherigen Dienstleistungen von AT&T oder auch von T-Mobile US eben weniger braucht, dann möchte ich da eben auf keinen Fall mehr Aktionär sein. Und all das, was man hier eben sieht in den Entwicklungen, die auch in den letzten knapp eineinhalb Jahren, naja, etwas über eineinviertel Jahren so gelaufen sind, seit dem letzten Investment, aber auch schon seit dem ersten Investment, sind dann eben nicht so dazu, ja, also geben einem nichts mit, wo man dann sagen kann, jetzt steigert sich mein Optimismus weiter und ich kaufe hier nochmal nach, sondern man muss eben sagen, es ist, das Bild hat sich massiv eingetrübt. Das sieht man zum einen am Kurs, aber wenn sich sowas dann massiv eintrübt, dann kann man auch mal eine andere Entscheidung treffen, nämlich sagen, denn wenn ich nichts Gutes sehe, dann trenne ich mich von dem Wert und verkaufe ihn. Ja, die Frage ist, was hättest du denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt, so knapp anderthalb Jahre nach dem Kauf gerne gesehen? Wie war da dein Szenario? Sicherlich auch nochmal so zur Erklärung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn dass es eine Umbruchssituation geben würde, das war ja klar und diese Amazon-Geschichte, ja, ich meine, das war im Wesentlichen eine Bloomberg-Meldung, die wurde dann auch relativ schnell dokumentiert, aber wir wissen das ja aus allen möglichen Bereichen. Also wenn es heißt, Amazon will da rein, dann geht alles, was auf der möglichen Kontrahentenseite ist, an der Börse 10, 20 Prozent runter. Das ist jetzt ja nicht so konkret. Was wäre eigentlich das, wo du gesagt hättest, also das hätte das Unternehmen jetzt mindestens leisten müssen in dieser Phase, damit du dabei bleibst? Also wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass die Schuldensituation damals eine anspruchsvolle war. Ich hätte mir in der Tat noch mehr Speed beim Abbau dieser Schulden gewünscht und auch erwartet, gerade in Anbetracht dessen, was eben auch in den USA gerade los ist, wo die Zinsen ja noch ein ganzes Stück höher sind als hier in Europa. Also das ist etwas, ich hätte mir in der Tat auch gewünscht, dass es beim Umsatz etwas stärker in eine positive Richtung geht. Man ist jetzt zwar bezogen auf die Quartalszahlen Juni 23 etwas oberhalb der Zahlen vom Juni 22, aber da hätte ich mir schon ein wirklich stärkeres Anziehen gewünscht und vor dem Hintergrund dessen, was man da sieht und was man eben an Bedrohungsszenario jetzt insgesamt hat, ist das für mich der Teil, wo ich dann sage, nein, dann hat sich diese Erwartung nicht erfüllt, dann weg. Dann ist natürlich die andere Frage, was machst du mit Barbie? Barbie, also mit Warner Brothers Discovery, die ja gerade einen Überraschungsblockbuster gelandet haben mit dem Barbie-Film innerhalb von elf Tagen, trotz horrender Marketingausgaben die Break-Even-Schwelle erreicht und ja eigentlich ein Stück Popkultur auch geschaffen haben. Lässt du das drin oder sagst du, da machst du auch jetzt gleich mal einen sauberen Cut und schmeißt es raus? Ja, bei Warner Brothers ist es so, dass die jetzt in der Tat erstmal liegen bleiben. Da ist es ja wirklich eine sehr, sehr kleine Position, die aber auch im Grunde genommen seit dem Börsenstart auch jetzt nicht so die traumhafteste Performance abgegeben hat. Seitdem die Einbuchung dann stattgefunden hat, liegt die Aktie mit etwa 42 Prozent im Minus und wenn man sich das Thema der Geschäftsentwicklung anschaut, dann merkt man, dass hier eben noch einiges offensichtlich in Ordnung zu bringen ist. Das kann aber auch sein, dass hier bei Guru Focus noch einiges in Ordnung zu bringen ist. Also von daher, diesen Wert lassen wir jetzt erstmal liegen und bleiben hier dabei, denn das grundsätzliche Thema Medien und Inhalte zu distribuieren ist zumindest ein zukunftsträchtigeres als das Thema Hochverschuld, Telekommunikationsdienstleistungen im zweitbesten Netz Nordamerikas zu verkaufen. Das wird man sehen, weil der Umsatzträger von Warner Brothers Discovery im Wesentlichen momentan trotz aller Streaming-Aktivitäten, trotz des Filmstudios ja natürlich nach wie vor das lineare Fernsehen ist, wo man eine ganze Reihe Networks und Network-Beteiligungen hat. Und da ist immer die Frage, wie lange strömen denn diese Cashflows noch rein, die man wirklich braucht, um die anderen Aktivitäten aufzubauen und auch um, ja, ja, das Thema haben wir hier auch, die Schulden abzutragen. Wenn das alles funktioniert, wenn das noch ein paar Jahre gut geht, wenn man im Streaming so erfolgreich weitermacht wie bisher, gerade mit Blick auf Profitabilität, die man 2023 wohl schon erreichen könnte, dann ist das sicherlich eine Aktie mit Potenzial. Aber da stecken halt eine ganze Menge Wenn und Abers drin, insbesondere natürlich auch mit Blick aufs Filmstudio. Jetzt, wenn wir uns mal die Situation in Hollywood vergegenwärtigen. Aber es ist sicherlich das spannendere Venture. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Aktie ich eher in einem Best-Case-Szenario eine Kursverdoppelung zutrauen würde, dann wäre das ganz klar natürlich die Warner Brothers als jetzt die AT&T, wobei also auch bei Warner Brothers, wie gesagt, da hängen sehr, sehr viele Stellschrauben, die in die richtige Richtung gehen müssten. Und mehr zu diesem Unternehmen dann gerne auch mal entweder in einer Feedback-Runde, wenn ihr euch das Unternehmen für eine längere Betrachtung wünscht oder wenn wir der Meinung sind, dass es im Rahmen eines Updates wieder Zeit ist, darüber zu reden. Ein Unternehmen, was momentan für mich eine gewisse anekdotische Evidenz hat, das ist Etsy. Das war ja so eine dieser Corona-Highflyer-Aktien und danach auch abgestürzt Plattform für Selbstgemachtes. Und mein Sohn kommt ja dieses Jahr in wenigen Wochen in die Schule. Wir richten gerade sein Zimmer neu ein. Und nein, wir kaufen den neuen Schreibtisch nicht handgefertigt bei Etsy. Aber so das eine oder andere Detail, wie zum Beispiel Wandtattoo, da hat meine Frau wirklich bei Etsy ein paar richtig tolle Sachen gefunden, die es ansonsten eben nicht gibt. Und dadurch war ich total positiv eigentlich für Etsy gestimmt und habe zu Tobias gesagt, hey komm, die hast du doch vor ein paar Jahren mal in das Depot gekauft. Lass uns mal angucken, was aus diesem Investment Case geworden ist. Die Aktie hat ja eine wilde Berg- und Talfahrt hinter sich. Also ich habe sie immer so im Kontext Kunst und Manufacturing sowieso auf der Uhr gehabt. 2016 war sie noch bei sieben Dollar im Corona-Crash, dann selbst am Tiefpunkt bei 30 Dollar. Also sie hatte schon ein ordentliches Wachstum dann vor Corona hingelegt. Dann war es zur Pandemie ein Ten-Bagger, fast bis 300 Dollar gelaufen, dann auf 75 gefallen. Ja, und jetzt haben wir ja gerade die Situation, dass viele gefallene Engel aus dem Technologiebereich ja dieses Jahr wieder eine ordentliche Performance zeigen können, zumindest einen gewissen Rebound feiern dürfen. Aber bei der Etsy ist das nicht so zu sehen. Die waren am Jahresanfang dann auf 150 und inzwischen wieder halbiert. Und das, Tobias, lag daran, dass meine anekdotische Evidenz von den Zahlen, die Etsy vorgelegt hat, absolut nicht gedeckt wurde. Ja, das ist richtig. Und wenn ihr euch als Zuschauer bei YouTube fragt, warum der Christian irgendwas von 150 erzählt, dann liegt das daran, dass er natürlich auch den Dollar abhebt und wir hier bei Scalable im Chartprofil nur die Euronotiz haben, die für uns ja auch wesentlich relevanter ist, weil die brauchen wir ja letztendlich. Deswegen kann ich den Podcast-Zuhörern heute auch sagen, heute braucht ihr wegen irgendwelcher Unterlagen nicht rechts ranzufahren. Ihr solltet aber dann rechts ranfahren, wenn ihr bestimmte Charts, bestimmte Ansichten nochmal nachvollziehen wollt, die wir dann zumindest in das YouTube-Video auch reinschneiden, wo dann eben auch die Zahlenkolonnen zu sehen sind, wie beispielsweise die von Etsy. Und da kommen wir eben zu einem Punkt, der dann eben auch das ganze Ausmaß des Traurigen in irgendeiner Form zeigt, nämlich zunächst mal eine ganz offensichtlich tolle Idee, die bis 2020 und in Corona und auch noch bis 2021 richtig abgegangen ist, aber wo ihr dann beispielsweise schon an der Topline beim Umsatz sehen könnt, dass 2,3 Milliarden natürlich ein toller Umsatz ist und 2,56 Milliarden auch klasse, aber dass das eben ein Wachstum ist, was nicht mehr so richtig high fly, high level, new economy, wir sind die geilsten sind. Und auch wenn man den Blick dann mal so ein bisschen auf die Umsatzsteigerungen auf der Quartalsebene fallen lässt und sich das möglicherweise dann auch mal in einem etwas längeren Zeitstrahl anguckt, dann merkt man, dass das einigermaßen ausgelutscht wirkt, seitdem im Grunde genommen im Dezember 2021 mit 717 Millionen Quartalsumsatz ja Peak Etsy erreicht wurde. Stimmt übrigens nicht. Im Dezember 2022 waren es 807, aber auch da war es dann nur noch eine kleine Steigerung im Bereich von 10 Prozent und jetzt sind es mit 629 zu 585 ebenso im Bereich 6, 7 Prozent. Also da ist es deutlich weniger geworden, was das Wachstum anbelangt und das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn man auf einmal sagen könnte, wir haben hier eine steigende Profitabilität, aber die haben wir auch nicht. Denn wenn wir in der Nettomargenzeile nachschauen, dann stehen dort Werte für die letzten drei Quartale von 13,6, 11,6 und 9,9. Und das sind dann eben die abnehmenden Werte aus den letzten drei Quartalen. Und ich habe ja im ersten Moment gehofft, dass diese Katastrophenmarge aus dem September 2022 dann irgendwie etwas ist, wo man ganz offensichtlich eine größere Abschreibung vorgenommen hat. Aber da hat Christian dann auch mal den Proforma-Gewinn, das Proforma-Net-Income sich angeschaut. Und Christian, das lag eben nicht bei 963 Millionen Euro im Minus, sondern bei einer beeindruckenden Positivzahl. Ja, ja, das wären dann halt 300 Millionen gewesen. Aber man muss halt auch mal eines nochmal sagen zu diesen Abschreibungen. Also wir sollten da nicht immer so drüber hudeln, wie das die Unternehmen selbst machen. Wenn das dann heißt, naja, also das wurde abgeschrieben, das ist aber jetzt nicht cashwirksam. Also nur mal zu dieser Abschreibung. Was ist denn da eigentlich passiert? Die haben eine Milliarde Goodwill im September 2022 abgeschrieben. Und zwar sind das Abschreibungen auf zwei Akquisitionen, die man ein Jahr zuvor im Sommer 2021 getätigt hat. Da hat man nämlich für 217 Millionen Dollar zunächst Ilo 7, so eine Art Etsy aus Brasilien übernommen und anschließend Depop, so eine Art Etsy aus Großbritannien gekauft für 1,6 Milliarden Dollar. Man hat also 1,8 Milliarden rausgehauen. Und ein Jahr später stellt man fest, ups, wir haben 1,8 Milliarden ausgegeben. Aber naja, also eine Milliarde davon ist jetzt einfach durch den Schornstein, die ist nicht mehr durch Unternehmenswert gedeckt, aber ist nicht cashwirksam. Und dann wird da drüber gehudelt und dann sagt man, hey, wir machen alles ganz toll und wir machen Generated AI und Curated Search und was nicht alles. Aber man muss einfach mal sagen, da ist innerhalb kürzester Zeit eine Milliarde Dollar verbrannt worden, beziehungsweise 2021 konnte man die Füße nicht stillhalten und hat abenteuerliche Akquisitionen getestet. Das ist natürlich auch in einer solchen Situation, wo man jetzt sieht, das Unternehmen ist operativ flat, der sogenannte Gross Merchandise Sales, also das Warenvolumen stagniert, das EBDA stagniert, der Cashflow stagniert, wo es wirklich darauf ankommt, hey, vertraue ich diesem Management, dieses ganze Ding mal wieder zu drehen und auch nach oben zu skalieren und dann festzustellen, naja, die hudeln da mal eben so drüber im letzten Jahr, dass da eine Milliarde verloren gegangen ist. Das ist so ein Ding, das stört mich ungemein, die Nonchalance mit der nicht nur, aber insbesondere Technologie und Plattformunternehmen mit diesen Abschreibungen umgehen. Da ist Aktionärskohle verbrannt worden, ob das heute zahlungswirksam ist oder vor einem Jahr zahlungswirksam war, weil da die Überweisung macht, das ist dann egal, die Kohle ist weg. Die Chuzpe musst du erst mal haben. Also deswegen, also nach dem etwas längeren Monolog verwahre ich mich natürlich dagegen, dass ich da einfach drübergehe. Ich habe meinen Storyflow, du hattest deinen, ich wusste, wo deiner hingeht, aber da sage ich dir natürlich ganz klar, die Chuzpe musst du erst mal haben, dir für zwei Übernahmen und mit Milliarden Ausgaben auf die Schultern klopfen zu lassen, was für ein geiler Typ du bist, um dann bei der Abschreibung zu sagen, ist nicht Cash wirksam. Also das sind ja zwei Elemente. Du hast einmal richtig Kohle raus und dann sagst du so, ist ja nicht Cash wirksam, ist egal. So, also das ist schon, wie sagt der Oliver Kahn, wir müssen Eier haben. Und die Typen haben das offensichtlich. Die haben wahrscheinlich sogar Handbemalte. Ja, jetzt sind wir. So, jetzt machen wir das Kopfkino und den dritten Strang dann auch noch aus und gehen nochmal kurz auf die Zahlen zurück. Net Income steht also in der Übersicht 963 Millionen Euro Minus. Ist jetzt mal egal. Lassen wir es mal bei den 330 Millionen sein und die sie da als Net Income, als theoretischen Net Income gehabt hätten, wenn sie nicht abgeschrieben hätten. So, ist ja ganz schön. Aber das heißt nichts anderes, dass im September 2022 ein Net Income ohne die Abschreibung gewesen wäre von 330 Millionen und sich dieses eben auf 110, auf 75 und auf 62 ermäßigt hat. Ja, die Umsätze sind in dem Zuge auch gefallen. Aber wir haben ja trotzdem eine Situation, wo ich da sage, das sieht doch nach nichts wirklich sauberem auf. Und im Vorjahresvergleich muss man dann eben auch mal sagen, im Vorjahr haben sie aus 585 Millionen Euro eben 73 Millionen Net Income gemacht, eine Marge von 12,5 Prozent. Und jetzt sind sie bei 629 und 62 angekommen. Heißt eine Marge von 9,9 Prozent. Und da kommt man dann eben auch an den Punkt, wir gucken uns sowas ja dann immer ganz gerne an. Auch nochmal zur Erinnerung, wie ist dieses Unternehmen eigentlich zu damals einem, ja, ich gucke ja da extrem gerne auf die Bewertungsratios, aber wir waren gerade in diesem ganzen Meme-Stock-Hype und ich wollte in der Situation einfach mal einen Showcase haben, den wir als Meme-Stock in irgendeiner Form mit drin haben, wo ich mir dachte, diese Aktie würde nicht ganz so stark verlieren. Sie hat vermutlich auch nicht ganz so stark verloren, aber sie liegt trotzdem sehr, sehr ordentlich unter Wasser. Und das zeigt mal wieder den alten Werbespruch, den Mario Ardorf, damals für die Aachen und Münchner war es, glaube ich, in die Kamera gesagt hat, mit Geld spielt man nicht. Ja, also ich will natürlich auch nochmal eine Sache anführen, im Gegensatz zu vielen Meme-Stock kann Etsy mit einem aufwarten und das ist Cashflow. Ja, also wir haben bislang über EPS und über Abschreibungen und alles gesprochen, aber wir müssen natürlich auch über Free Cashflow sprechen, gerade bei solchen Werten. Und wir hatten hier 2020, 2021, 2022 und auch in den letzten zwölf Monaten immer so 600 bis 600 Millionen Dollar Free Cashflow. Also im Gegensatz zu vielen Meme-Stocks wird hier zahlungswirksamen Geld erlösen. Das ist eine gute Geschichte. Und wenn man das jetzt mal in Relation setzt, wieder zum Unternehmenswert, also 10 Milliarden Dollar Börsenwert plus 1,4 Milliarden Dollar Netto-Schulden, heißt also 11,4 Milliarden, ist das ein Faktor von 17,5. Und hey, das ist eigentlich nicht schlecht. Also wenn das jetzt eine Firma wäre, die, was weiß ich, mit einem super Brand Nahrungsmittel raushaut, dann wäre ich wahrscheinlich sofort auf der Käuferseite. Nur es fehlt halt hier bei diesem stagnierenden Geschäft irgendwie so die Überzeugung bei mir, dass man es schafft, diese Plattform zu stabilisieren und auch zu skalieren. Denn man ist ja schon in einem immensen Wettbewerb mit Amazon, mit Ebay, mit Alibaba, sowie mit zahlreichen regionalen Plattformen, auf denen dann auch Menschen ihre selbstgemachten Dinge verkaufen. Und da fällt ihnen meiner Ansicht nach zu wenig ein. Da sind sie auch vielleicht zu wenig risikobereit, was Geldausgaben angeht. Denn die Marketingausgaben, die sind auch flat. Und naja, also auch die Kundenzahl, sie steigt ja nicht wirklich. Sie melden jetzt bei den Quartalszahlen, ja, wir haben einen Rekordhoch bei den sogenannten Active Buyers. Ja, das sind also jetzt 90,6 Millionen Menschen. Es waren halt beim bisherigen Rekordhoch vor zwei Jahren 89,6. Das ist also eine Million dazugekommen. Aber was heißt Active Buyer? Einkauf in zwölf Monaten. Das reicht aber doch nicht, dass du eine solche Plattform wirklich in dieser Form skalieren kannst, um auch gegen den Wettbewerb zu bestehen. Also ich habe da wirklich Zweifel, dass diese wirklich respektablen Cashflows auf Sicht in dieser Form erwirtschaftet werden können. Nicht zuletzt, weil man sich ja auch mit diesen zusätzlichen Erlösquellen bei der sogenannten Sellers Fee von 7,5 Prozent und mit Advertising, Werbung auf der Plattform, ja, es sich mit dem einen oder anderen Verkäufer auch ein bisschen verscherzt hat. Man ist da zwar immer noch recht günstig, aber so ein bisschen die Kundenbindung und Verkäuferbindung hat da schon gelitten. Naja, und das ganz Wesentliche ist bei dem Unternehmen Etsy übrigens auch, wenn du bestickte Topflappen oder Handtücher dann irgendwie mal gekauft hast, so schnell brauchst du die nicht wieder. Und wenn Julian eingeschult ist, dann brauchst du da auch nicht so schnell wieder irgendwelche Utensilien. Wenn die Bleistifte verkaufen würden, die er regelmäßig braucht, wenn die Tinte verkaufen würden, die man vielleicht in der Schule noch braucht, wenn die Nahrungsmittel, du hast es am Anfang gesagt, in irgendeiner Form hätten, die man dann auch wieder regelmäßig kauft und wo das Thema wieder kaufen, einmal im Jahr ist ja ein Witz, anfällt. Requiring Revenue, das ist einfach das Thema, den siehst du da nicht. Von daher ist es eine Verkaufsplattform, aber es ist eben eine der unattraktiveren Plattformen. Und deswegen ist für mich ja auch der Punkt, wir wollen ja auch im Depot wirklich auch mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen wieder mal so anfangen, Struktur da reinzubringen. Oder wir wollen zumindest in den nächsten Monaten auch mal Struktur reinbringen, damit wir auch in den Sendungen hier andere Formen von Schwerpunkten vergleichbar mit den Tabaksendungen setzen können. Und von daher geht auch die Etsy heute den Gang des Irdischen und fliegt mit einem sehr ordentlichen Minus raus. Aber ja, also die Position war nicht dazu angeraten, so ins Minus zu laufen. Jetzt ist es dann trotzdem passiert. Aber wir wollen hier vor allen Dingen auch aufräumen und wollen hier eben auch das klar dokumentieren, dass dieses Kapitel dann eben erledigt ist. Wenn ihr euch eine Etsy aus welchen Gründen auch immer in sechs Monaten oder später wieder wünscht, dann würden wir sie nochmal besprechen. Heute und für die nächsten sechs Monate dann auch bei Feedback ist dieses Kapitel dann erstmal abgeschlossen. Und ja, jetzt haben wir in der Depot-Überblicks, in der Depot-Update-Sendung zumindest schon mal zwei Aktien besprochen und zwei davon hat es dann quasi auch direkt erwischt. Tja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Es ist nicht der Bodo, sondern es ist Hochtief. Und bei Hochtief, da wird wieder richtig gebaggert. Wir haben die Aktie zum ersten Mal ins Depot gekauft 2019. Das war vom Timing her nicht die optimale Wahl. Das Unternehmen ist danach in arge Turbulenzen gerutscht. Es gab Probleme mit Bauprojekten in der Golfregion. Es gab Probleme bei der australischen Tochter Simic. Während der Pandemie hatte man nicht nur mit dem einen oder anderen Baustopp zu kämpfen, sondern auch mit der Beteiligung am Mautstraßenbetreiber Abertis, den der spanische Großaktionär ACS mal mit aufs Auge gedrückt hatte. Aber man muss sagen, Chapeau, wie sich Hochtief aus diesem Loch heraus gebaggert hat. Nicht nur beim Kurs der Aktie, sondern auch fundamental. Jetzt gerade die Zahlen vorgelegt. 270 Millionen Euro operativer Gewinn im ersten Halbjahr. Guidance bestätigt 500 bis 550 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Das heißt, die üppige Dividendenanhebung, die wir dieses Jahr gesehen haben, auf 4 Euro, die wird im nächsten Jahr sicherlich sich weiter materialisieren. Da dürfte ein bisschen mehr drin sein, denn auch die Finanzsituation sieht gut aus. Die haben nämlich ein Nettofinanzvermögen, also keine Schulden von rund 350 Millionen Euro immerhin angesammelt. Das ist ein gutes Polster. Und wir sind, glaube ich, in Summe noch ein bisschen hinten. Aber dein Vater ist mit der Aktie ja schon vorne, denn im Immobiliendepot ist sie ja auch drin. Genau. Also da hatten wir sie auch das letzte Mal besprochen, gar nicht so lange her. In der Tat haben wir im Moment ein Minus bei diesem Kauf von etwa 17 Prozent. Also wir haben quasi gerade in die ganzen Schieflagen, die dann aufgedeckt wurden, hineingekauft. Eine fundamental sehr günstige Aktie war es damals, war es im Grunde genommen immer, war es auch, als wir dann am 6.10.21 das Immobilie-Depot von meinem Vater aufgebaut haben. Und da lief es ja ganz am Anfang mit der Hochtief auch so, dass sie vor allen Dingen das Thema Tief sich nochmal ganz genau angeguckt hat und da auch noch ein Neues ausgeprägt hat. Mittlerweile steht die Aktie eben bei 90 Euro. Und mein Vater ist zumindest, und auch diejenigen von euch, die zu einem vergleichbaren Zeitpunkt dann gekauft haben, da liegt man dann eben 30 Prozent vorne. Dividenden erhöhen diese Rendite noch extra. Und also für mich ist es so eine Situation, also erstmal, wir haben natürlich in unserer Echtgeldzeit bei dem Unternehmen wirklich einiges erlebt. Mit interessanten Aufsichtsratsvorsitzenden, mit wirklich weltweiten Krisenherden, die irgendwo dann irgendwie aufpoppen und immer mal deutlich machen, dass das hier mal wirklich ein richtig international agierendes Unternehmen ist. Und vor dem Hintergrund sind wir jetzt einfach in der Situation, jetzt ist hoffentlich auch mal der ganze Kladderer-Datsch ausgestanden. Jetzt sind die sauber aufgestellt. Jetzt kommen da keine anders gearteten negativen Überraschungen dazu. Aber eins kommt, die Notwendigkeit, in Infrastruktur zu investieren, sowohl in den USA als auch in Australien, als auch in Europa insbesondere, wo Hochtief sicherlich noch einiges Umsatzpotenzial hat, Christian. Denn die Umsatzverteilung ist ja für mich dann relativ überraschend gewesen. Und in Deutschland und Europa muss man eben auch sehen, auch hier kann viel gebaut werden. Insbesondere auch im Wohnungsbau ist etwas, ist das ein oder andere notwendig, wo dann eben auch mal wirklich Stückzahl gebaut und bei der Baubetreuung beaufsichtigt werden muss. Und das ist etwas, was dann so ein großes Unternehmen, wir haben ja im Immobiliendepot auch noch die Strabag mit drin, zumindest mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erfolgreich leisten kann, als andere Unternehmen. Und diese große Wohnungsnot, die in Deutschland jetzt immer deutlicher wird, die muss in irgendeiner Form angegangen werden. Und da wird man an Firmen wie Hochtief, Strabag und natürlich auch kleineren Unternehmen, die wir ja gelegentlich auch bei ECHTG TV zu Gast haben, nicht vorbeikommen. Aber gehen wir nochmal auf das Internationale zurück, Christian. Da sieht es ja dann schon überraschend aus, dass Hochtief zwar relativ deutsch klingt, aber vom Umsatz her sehr, sehr wenig aus Deutschland kommt. Ja, es ist eine deutsche Firma, der Rechtslage nach. Aber aktiv ist man vor allen Dingen in den USA und Australien, wo man mehr als drei Viertel der Umsätze macht. Und der Europa-Umsatz, der lag 2022 unter 10 Prozent. Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle hier sicherlich bei Wohnungs- und Gewerbeprojekten, die irgendwie so ein bisschen prestigös sind, bei uns in Berlin auf der Friedrichstraße beispielsweise, dass Tacheles dann doch das Hochtiefschild sieht, das ist für die so ein bisschen Beifahren. Es geht also insbesondere um die großen Infrastrukturprojekte in Übersee. Da haben sie sich sehr, sehr erfolgreich auch als Konzessionär mit aufgestellt. Sie sind inzwischen auch in einer Struktur, wo man sagen kann, naja, beim Bau gibt es immer irgendwelche Anschuldigungen, es gibt immer Verzögerungen, es gibt immer irgendwo Skandale, aber es wirkt inzwischen etwas compliancefester, als es vorher war. Auch besser, straffer geführt, auch ausweislich der Finanzlage. Das sieht gut aus. Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das einen sehr starken Großaktionär hat. Die spanische Baugruppe ACS hat 70 Prozent. Die haben 2022 ja auch nochmal aufgestockt und zusätzlich zu dieser fundamental relativ günstigen Bewertung um KGV, je nachdem, wenn man diese Guidance nimmt, kommt man so auf 12 bis 13, je nachdem, was man da an Bereinigungen rauf oder reinrechnet, haben wir immer noch so eine gewisse Fantasie, dass vielleicht der ACS sich irgendwann mal sagt, meine Güte, also muss das wirklich sein, irgendwo eine Hochtiefbörse notiert, eine Zimikbörse notiert, kann man das nicht alles mal in ein großes Konglomerat unter ACS-Führung machen, dann holt man sich vielleicht einen großen Private Equity Fonds, Infrastrukturfonds, was weiß ich, eine Brookfield Corporation dazu, die das Ganze finanziert und man nimmt das alles mal weg von der Börseübernahmeangebot. Das ist was, was man so sicherlich nicht als Fokus eines Investment Case nehmen sollte, aber das ist so ein bisschen die Kirsche obendrauf, die man an dieser Stelle dann noch hat. Gleichzeitig sollte man meiner Ansicht nach auch nicht vergessen, wir haben es hier mit dem Baugeschäft zu tun, da sind Risiken, da sind Ausführungsrisiken, Verzögerungen bei Großprojekten gibt es immer, lass das dann mal bei drei, vier, fünf Projekten gleichzeitig sein, dann nutzt dir auch der hohe Auftragsbestand nichts, wenn du nicht abgearbeitet kriegst, deshalb, also das ist keine Firma, die man jetzt mit dem KGV von 20 oder von 25 bewerten sollte, also wenn wir hier weitere Kurssteigerungen sehen wollen, dann kommen die meiner Ansicht nach nicht aus der ja hier viel diskutierten Multiple Expansion, also indem man ein höheres Gewinnvielfaches draufschreibt, ein höheres KGV, sondern damit hier wirklich wieder nachhaltig dreistellige Kurse erreicht werden, die Aktie kommt ja von 170, brauchen wir deutlich höhere Gewinne, ob das in diesem Umfeld kurzfristig zu erreichen ist, wird man sehen, aber auf dem Niveau scheint die Aktie fundamental ganz gut abgesichert zu sein und auch diese Dividende, die wollen wir nicht vergessen und allein ACS wird schon darauf drängen, dass diese Zahlung kommt und wir haben dieses Jahr 4 Euro gehabt und ich denke mal, für das nächste Jahr, wenn diese Prognosen so eingehalten werden, 4,20 bis 4,40 sollten drin sein. So und dann ist man eben auch in der Situation, dass man ja trotzdem noch eine relativ günstige Aktie hat, die sicherlich auch noch ordentliches Potenzial hat und das leite ich vor allen Dingen daraus ab, dass man im Moment bei den Schätzungen ein relativ überschaubares Umsatzwachstum hat, also bei dem, was nach meiner Wahrnehmung im Übrigen auch in den USA da an Maßnahmen durchaus gemacht werden könnte und auch vielfach gemacht werden sollte, ist da einiges drin, aber eben auch bei uns in Europa haben wir da einiges zu tun und wenn man sich mal beim Net Income einfach die Zeile der Netto-Marge anschaut, ja, da denkt man sich auch, geht da nicht vielleicht auch ein Schnaps mehr als diese Schwankungsbreite zwischen 0, noch was und 2 Prozent. Zumindest ist es die letzten vier Quartale so, dass zwischen 1,6 und 2,06 geschwankt wird. Das ist ja ganz gut, aber vor allen Dingen hat man hier bei Hochtief eben den Eindruck, dass die Problemfälle beseitigt zu sein scheinen, dass man einigermaßen entspannt agieren kann. Es gibt eine kleine Einschränkung, die ich hier noch mit auf den Weg geben will, weil Ende Juni hat das Handelsblatt dann mal ganz kurz darüber informiert, dass die Finanzaufsicht BaFin zwei Hochtiefabschlüsse nochmal genau prüfen muss. Gut, wenn das passiert, hilft uns auch nicht weiter, ist ohnehin Vergangenheit, können wir nichts daran ändern. Jetzt wirkt das Unternehmen operativ on track und ja, wenn die Gewinnschätzungen so hinkommen, bei ungefähr 7 Euro landen, ist das bei einem Kurs von 90 auf keinen Fall zu teuer. Da muss man dann vielleicht mal irgendwann hingucken, wenn es dann in eine andere Bewertungsrelation reinläuft. Aber hier ein schönes Investment, bei dem wir sowohl in dem Echtgeld-TV-Depot als auch im Immobilien-Depot bis auf Weiteres engagiert bleiben. So, Tobias, jetzt haben wir uns aber ein bisschen verquatscht und wir zeigen ja immer, dass am Freitag neu auf YouTube und die vielen schauen das ja am Wochenende und am Wochenende wollen wir uns noch ein bisschen entspannter angehen lassen. Deswegen würde ich sagen, wir machen einen Break. Die anderen drei Aktien gibt es am Dienstag und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Genießt hoffentlich mal wieder ein bisschen Sonne, bleibt gesund und bis zum Dienstag unter anderem dann mit dem Betreiber des Börsenplatzes Nasdaq.